Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge, hier von Kehrforst, fangen wir an, äh, ja, T29, hä, haben wir nicht einen T70? Doch, da, hä, wollte ich grad zeigen, ist der alte Sonn, äh, egal, los geht's, nein, dann, jo, oh, Gott sei, müde, 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 um 18 Uhr, lass mich kurz mal gucken, natürlich, ja, doch hier, um 18 und 29, so, gut, natürlich, hoffentlich geht's gut, ich sag schon mal, am Anfang, wahrscheinlich sag ich es auch am Ende, liked, abonniert, kommentiert, wenn euch das natürlich gefällt, wenn nicht, und ihr irgendeinen Vorschläge habt, schaut das natürlich gerne in den Kommentaren, ich werde sie mir angucken und überlegen, ob ich manche Spiele, die ihr auch so gerne möchtet, mache, oder, zeige, keine Ahnung, Ich mein, Minecraft hab ich jetzt auch schon mitgeholt, gegen was Neues hab ich kein Problem, alt, alt, äh, 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 hallo? Was ist mit dir los? So ein hariker Buschmensch. Wie schnell sind wir denn? 37, 38, 39, 30. Wieder noch schnell, komm, hier runter, wenn wir da runtergehen. Ui, das hat er dann, okay, ich will keinen Schaden zum Blick, aber das hat schon, äh, mächtig, mächtig gezwirbelt, würde ich mal sagen. Ey, ist nicht sein Ernst, ich hasse diese. Komm schon, nirg heran. So, jetzt gibt's Ere. Juckt mich nicht. So, weiter geht's. Wenn die meinen, hier Stress anzufangen, obwohl wir das ja waren, egal. Das wird, das ist, das ist ganz schlecht, was da passiert. Oh, oh, ach, der ist dahinter. Kann ich da hochfahren? Äh, ich will nicht da hochfahren. Ich ändere meine Meinung. Hallo, schönen guten Tag. Möchten Sie, äh, mit mir über einen neuen Vertrag reden. Ich möchte gerne, äh, mit Ihnen reden. Reden wir doch mal. Hallo. Hä? Wer ist doch da hinten? Junge, was ist mit dir denn los? Junge, was ist mit dir los? Hallo. Du bist gleich tot. Du bist tot? Wow. Also, jetzt geht's ab hier. Ja, was ist mit dir los? Was machst du denn? Juuu, natürlich. Durch, 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 durch. Nee. Jetzt leckt mich doch am... Kommandant ausgefallen. Tschüss. Keine Lust mehr. Der Turm ist natürlich komplett im Arsch. Das Nachherladen ist komplett im Arsch. Sag mal. W-w-warum lebe ich denn noch? Ich rushe jetzt einfach. Du, ruhig. Komm schon, aber gar nicht kann. Wir sind halt komplett im Arsch. Die Perlen kann man auch nicht. Geschütztechnisch sind wir okay. Der eine, ähm, hier, die Ketten hier sind im Arsch. Hinten der Deckel irgendwie. Nicht so. Es geht's nicht so gut. Der Motor macht auch nicht mehr so gut, wenn wir auf 20 Uhr noch sind. Was ist denn hier los? Was schießt denn hier so? Au. Das finde ich nicht so toll. Das finde ich gar nicht lecker. Ist es nicht dein Arzt? Was ist denn das? Naja, Leute. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich sag's zum zweiten Mal. Da habe ich aber nicht kommentiert, wenn es euch gefällt. Ich schreibe mir in die Kommentare, wenn ihr was anderes sehen wollt. Wir sehen uns morgen. Wir warten wieder, bis wir endlich in der Garage sind. Damit ich den... ...dings sagen kann. Ich weiß nicht, wie man es sagen soll. Naja. Wir sehen uns dann morgen. Also, tschüss. Ich schreibe mir aus. Ich schreibe es. Wir sehen uns dann, also... Ich schreibe es. Ich schreibe es. ...durch. Vielen Dank.